Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner Serie Plan B für das Klima. Und heute erfülle ich einen Zuschauerwunsch. Und zwar mache ich mal was anderes als sonst, sondern ich mache eine Filmkritik. Und zwar, der Film, der ist im Internet und geistert da überall herum, auch auf YouTube, Climate the Movie. Und das hier ist das typische Titelbild. Und viele haben mich gebeten, das zu analysieren, was da für Thesen aufgestellt werden, wissen, ob man da was aus Sicht der Naturwissenschaft oder aus meiner Sicht, was ich dazu sage. Also eine Stellungnahme. Und das will ich jetzt mal versuchen. Weil der Film, der ist eine Stunde, 20 Minuten lang und hat eine hohe Informationssicht. Deswegen ist das jetzt erstmal Teil 1. Ich habe es also nicht geschafft, in einer vernünftigen Zeitspanne, da alle Thesen, die da drin aufgestellt werden und alle Behauptungen und Zusammenhänge, die dargestellt werden, vernünftig zu analysieren. Also wir machen heute nur die Hälfte, weil es sonst zu viel wird. Ja, da gibt es so im Internet auch Seiten, die sozusagen übergeordnet analysieren, was ist das denn für ein Film. Und da habe ich hier dieses Ding gefunden. Und da wird erstmal dargestellt, von wem ist denn der Film überhaupt? Martin Durkin und Martin O'Toole. Und über Martin Durkin, das ist der Direktor offensichtlich oder so ein Filmemacher, da gibt es eine Internetseite auf dem englischen Wikipedia und er wird ziemlich klar auch als Klimaleugner dargestellt. Also er hat auch andere Filme gemacht, aber der Eintrag in Wikipedia über seine Arbeiten, hat auch ein paar andere Sachen zu anderen Themen gemacht, der ist schon sehr, sehr kritisch. Das heißt, wir sind mit diesem Movie schon im Bereich der Klimaleugner. Das werden wir auch gleich noch sehen, was da für Leute eigentlich drin vorkommen. Es werden eine ganze Menge Professoren aus der Physik interviewt. Es ist auch eine Frau dabei, aber es sind meistens ältere Herren, die da vorkommen. Und hier ist also eine Liste der Leute, die vorkommen. Die kann man jetzt von oben nach unten durchgehen. Aber hier der König Schatz, der Dritte, kommt auch vor. Allerdings wird er nur gezeigt, er wird nicht interviewt. Aber wir haben hier John Clauser, Nobelpreisträger für Physik in 2022. Das war, glaube ich, zur Quantenteleportation zusammen mit Anton Zeilinger hat er den und noch jemanden den Preis bekommen. Und eine ganze Menge hoch aufgehängte Forscher, also die hoch in der Hierarchie stehen, allesamt aus den USA oder ich glaube die allermeisten aus den USA. Ja, ein paar habe ich mal rausgegriffen, die da besonders vorkommen. Sechs Stück, die ich also auch kenne aus meiner früheren Arbeit. Ich kenne nicht alle, das sind ja hier ungefähr 20 Leute, die auch im Film interviewt werden und da wirklich vorkommen und Statements abgeben. Aber sechs habe ich mal rausgegriffen, deren Namen ich kannte. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber deren Arbeit ich kannte und deren Arbeit ich teilweise auch in der Vorlesung im Masterprogramm der Uni Konstanz durchgenommen habe. Und zwar durchaus kritisch. Man kann eine ganze Menge lernen, wenn man die Behauptungen von Leuten analysiert, mit denen man gar nicht übereinstimmt, aber die doch immerhin physikalische Argumente bringen. Und da kann man was lernen und das wollen wir heute auch machen. Also ich stimme überhaupt nicht mit diesem Movie überein. Also überhaupt nicht, kann man nicht sagen, sondern ich sage da schon mal was Richtiges auch. Aber doch mit der ganzen Grundeinstellung nicht. Und trotzdem können wir eine ganze Menge lernen. Da haben wir ja Professor John Clauser hier, den ich als Ersten aus dieser größeren Truppe von Interviewten-Professoren ausgewählt habe, das ich Ihnen extra erwähne, mit Bild, Nobelpreis für Physik 2022 und Quantenphysik. Und wenn man den Wikipedia-Eintrag im deutschen Wikipedia anschaut, da steht noch nicht mehr drin, dass da Professor ist, da steht nur Klimaleugner, Klimaleugner, Klimaleugner. Also alle anderen Archivements. Also Nobelpreis wird erwähnt, aber ich habe nicht gefunden, dass er tatsächlich Professor ist. Dann William Happer in Princeton, Professor für Physik, Optik und Spektroskopie und Atomphysik. Dann Professor Steve Conin, da glaube ich, ziemliche Bestseller an Büchern geschrieben. Physik am Caltech, das sind alles ganz berühmte Plätze, wo physikalische Forschung betrieben wird und ist eigentlich Kernphysiker. Und dann haben wir hier noch sechs, die ich extra hervorheben will, die ich also kenne. Patrick Moore ist auch wirklich ein Prominent. Er ist kein Physikprofessor, sondern hat seinen Doktor in Ökologie gemacht und ist heute PR-Berater. So steht es jedenfalls im Netz. Ob er sich selber so bezeichnen würde, weiß ich nicht so genau. Er hat Greenpeace mitgegründet und ist heute einer der Hauptkritiker der Umweltaktivisten. Und dann Dr. Roy Spencer, der sehr interessante wissenschaftliche Arbeiten zum Klima macht. Er ist, glaube ich, bei der NASA angestellt, also nicht in einem akademischen Forschungsinstitut. Deswegen hat er, glaube ich, nicht diesen Professorentitel, ist aber Gruppenleiter da und wurde ziemlich bekannt durch Satellitenanwendung, also NASA, für die Klimaforschung oder die Klimauntersuchung. Er hat sehr interessante Arbeiten gemacht, mit denen man sich schon ganz schön auseinandersetzen muss, um herauszufinden, wo denn möglicherweise ein Denkfehler liegen könnte. Weil er ist auf jeden Fall auch ein massiver Kritiker der Klimabewegung. Und dann Prof. Henrik Svensmark, dänisches National Space Institute. Da ist er, glaube ich, Gruppenleiter und ist in der Kosmoklimatologie beschäftigt. Das ist der Ausdruck, den er selber geprägt hat. Er hat, glaube ich, noch jemanden zusammen. Das heißt, bei ihm geht es um den Einfluss der kosmischen Höhenstrahlung und anderer kosmischer Effekte und insbesondere auch der Sonne auf unser Klima. Und da gibt es zum Beispiel so eine Analyse. Die habe ich auch im Masterprogramm der Physik in der Vorlesung mit einer ganzen Doppelstunde durchgenommen. Es gibt aber wirklich eine ganz interessante Sache mit der Sonnenaktivität. Da gibt es einen Zusammenhang mit der extrasolaren, also interstellaren kosmischen Strahlung und dann wieder mit der Wolkenbildung. Das wurde allerdings, soweit ich das verfolgt habe, damals schon eine Weile her, von der Cloud-Kollaboration am CERN. Das sind eben Leute, die sich genau am CERN mit Strahlung, natürlich CERN ist Elementarteilchen, mit der Wolkenbildung beschäftigt haben. Die haben eine große Wolkensimulation, nee, nicht Simulation, sondern eine richtige Kammer, so ein Metallgefäß, wo man Wolken drin machen kann. Und haben das untersucht und sie fanden wohl die Arbeiten von Herrn Svensmark jetzt nicht so super seriös. Aber ich habe es eben, diese logischen Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität, kosmischer Strahlung und Wolkenbildung auf der Erde, die fand ich interessant und den habe ich deswegen im Detail mit den Arbeiten von Henrik Svensmark analysiert. Und wir sind nicht zu dem Ergebnis gekommen, dass das wirklich belastbar ist, auch experimentell fragwürdig. Also das sind mal sechs, die ich ein bisschen näher kenne, deren Arbeiten zu Herrn Happer. Das war auf der Folie vorher, hatte ich auch mal extra noch ein Video gemacht zu seinen Thesen, weil er auch ein einzelnes Video. Es gibt mehrere Videos mit einer Rede von ihm und die habe ich analysiert und habe mich also auch davon distanziert. Das ist, also so sehr diese Leute sehr verdient sind in ihren Gebieten, im Klima, würde ich jetzt nicht unbedingt mit ihnen übereinstimmen. Aber es sind insgesamt um die 20, die in dem Film Climate the Movie interviewt werden. Und es sind sehr viele Thesen. Einige würde ich sagen, ja, das ist durchaus vernünftig, aber dann wieder einige, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht die Wissenschaft, hinter die ich mich stellen würde. Ja, wir sind hier bei meinem Klimadreieck, das hatte ich mal auch für meine eigene Orientierung aufgestellt, was wir da für verschiedene Beiträge und Personen haben, wo man die zuordnen kann. Und ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen hier unten abseits der Politik zu bleiben. Deswegen war ich ja auch aus dem Verein da ausgetreten, an den ich eigentlich da im Dezember letzten Jahres mitgegründet habe. Aber ich möchte gerne bei der Naturwissenschaft bleiben und nicht in den Politaktivismus, entweder links oder rechts oder grün oder nicht grün verfallen, sondern bleiben wir bitte bei der, also ich jedenfalls bei der Physik. Ja, und oben im Dreieck gibt es dann diese Polarisierung zwischen den, ja, ich nenne sie Aktivisten, einseitige Interpretation, Klimakatastrophe durch unsere Lebensweise, bis hin zu der Forderung, dass wir alle Veganer werden müssen. Und dann gibt es die Skeptiker, die meinen, wir können einfach so weiterfahren, also lustig Kohlekraftwerke betreiben. Oder sogar Herr Hepper ist, glaube ich, der Meinung, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre noch viel zu niedrig ist. Die muss noch viel höher werden, weil dann das Leben so dadurch gedeiht. Also keine Klimakatastrophe durch unsere Lebensweise. Also und der Film ist hier oben rechts, Climate the Movie, ist hier oben rechts zu verorten, nach meiner Einschätzung, das ist meine persönliche Einschätzung, ja, um das mal gleich zu sagen. Das heißt zwischen mir, also ich möchte gerne da unten sein, auch wenn auf meinem Wikipedia-Eintrag was anderes steht, aber der Wikipedia-Eintrag im deutschen Wikipedia, sorry, also das deutsche Wikipedia ist es vor allen Dingen bei lebenden Personen immer mehr die Stimme einer Ideologie und nicht ein Lexikon. Also klar, mit dem Movie würde ich da rechts oben verorten. Ja, also hier, wir haben das Problem einer sehr hohen Informationsdichte, deswegen zwei Movies, Teil 1 heute bis zur Hälfte etwa, einige aus meiner Sicht bedenkenswerte Aussagen, ja, da müssen wir drüber nachdenken. Ne, bedenkenswerte, bemerkenswerte oder bedenkenswerte, man muss drüber nachdenken, das ist ganz interessant. Und einige aus meiner Sicht problematische Aussagen, hinter die ich mich nicht stellen würde. Ja, ich vermeide also diese harten Worte, die man allenfalls von beiden Seiten dieser Polizklimatologen hat, ja, Lüge oder Betrug oder keine Ahnung, nein. Ich würde sagen, aus meiner Sicht gibt es problematische Aussagen, ja, hinter die ich mich nicht stellen würde. Bleiben wir höflich. Argumentation ist aber im ganzen Film einseitig mit ausgesuchten Beweisen. Es werden aus der Vielzahl von einzelnen Daten die Daten rausgepickt, die das zu beweisen scheinen, was die Aussage, die sowieso schon vorher feststand, ja, also wir können so weiterleben wie bisher, dass die diese Aussage belegen. Und das ist eben nicht Wissenschaft, sondern da muss man alle Beweise berücksichtigen oder alle Daten, nicht bloß ausgesuchte Daten. Ja, und, aber, und das ist das Problem, es hat also keinen Zweck zu schimpfen und sagen, der Film ist Mist, ne, es ist alles Klimaleugner, höre ich sowieso nicht zu. Nein, Wissenschaft bedeutet, dass ich mich damit auseinandersetze und wenn mir irgendwas nicht passt, dann muss ich das logisch widerlegen können, ja, also mit wissenschaftlicher Logik. Und das wollen wir hier mal versuchen, mit Argumenten zu widerlegen. Na gut, bevor wir jetzt in die Analyse der einzelnen Aussagen einsteigen, wieder mein Dank an unsere Unterstützer. Ohne euch gäbe es diesen Kanal nicht mehr. Ich bin jetzt aber wirklich ganz alleine, ne, weil ich unten an der Spitze dieses Dreiecks bin, da sind die Klimaleugner oder was auch immer, Klimakritiker und dann die Klimahysteriker und ich stehe da unten ganz einsam und alleine, so kommt es mir auch vor, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich, da gibt es doch so einen Spruch, ne, ich stehe hier und kann nicht anders. Ja, also es gibt Leute, die unterstützen unser kleines Team hier durch Überweisungen über PayPal an eine der beiden E-Mail-Adressen, die hier stehen oder eben eine Überweisung, also ich bin jetzt ziemlich froh, dass wir das über meine Firma, meine GmbH machen, das ist nämlich in der Schweiz, ja, in der Schweiz kann man, glaube ich, noch ein bisschen freier reden, habe ich so das Gefühl. Deswegen sind das zwei Konten bei einer Schweizer Bank, hier die IBAN und die BIC, ein Eurokonto und ein Schweizer Frankenkonto. Und hier haben wir dieses nette Mosaikmuster für die computerbegabten Überweiser, das ist der QR-Code für das Eurokonto bei der Schweizer Bank. Und hier haben wir das Schweizer Frankenkonto für die Leute aus der Schweiz, die mich unterstützen. Der QR-Code. Ich hoffe, die Codes stimmen jetzt. Im ersten Anlauf war da noch irgendwo der Wurm drin bei dem Schweizer Ding. Aber jetzt ist ja so ein Schweizer Kreuz in der Mitte. Das scheint schon richtig, der richtige QR-Code zu sein. Ja, kommen wir jetzt also zum eigentlichen Inhalt dieses Movies. Und ich mache das immer so, dass ich hier ein Screenshot habe, also ein einzelnes Bild, ein Standbild aus dem Movie. Und da oben steht, worum es geht, um welche Klimathese. Das sind also Thesen im Blau hier oben, wo ich meine, dass dieser Teil des Films sich gegen diese These wendet. Und das ist eine These des Klima-Mainstreams. Also Klimathese. Es war noch nie so warm wie jetzt. Es ist noch nie da gewesen, also die hohe CO2-Konzentration und die hohen Temperaturen. Und es ist eine Gefahr für das Leben. Und dagegen wendet sich gleich am Anfang. Wir sind hier bei Minute 9, 29 Sekunden. Das ist also ein Standbild aus genau dieser Zeitmarke. Die ersten paar Minuten geht es ziemlich viel um Politik und so generelle Aussagen. Sondern es fängt dann erst nach Minute 9 an, dass man sich wirklich mit einzelnen wissenschaftlichen Aussagen beschäftigt. Deswegen jetzt dieser Zeitsprung. Ja, und da gibt es hier dieses Bild. Und das ist der Temperaturverlauf. Ich gehe mal hier hin. Das ist der Delta-O18-Wert, der als Temperaturmarker über die lange Vergangenheit genommen wird. Das ist ein Isotopenverhältnis zum stabilen Isotop des Sauerstoffs. Das ist Sauerstoff 18. Hauptisotop ist 16. Und man meint jetzt, oder wie immer das ist gängige Lehrbuchmeinung, dass das in den Sedimenten im Meer oder wo auch immer man da diese Zeithorizonte abfragt, dass dieses Isotopenverhältnis ein Temperatursignal ist. Und hier sieht man jetzt, dass über die letzten 500 Millionen Jahre, also 500 Millionen Jahre ist so eine ganz bestimmte Zeit. Die Erde ist ja 4,6 Milliarden Jahre alt, also 4600 Millionen Jahre. Und das letzte Stück, die 500 Millionen Jahre, da war die Sauerstoffkonzentration durch die Photosynthese der Lebewesen so hoch geworden, dass man als Mensch hätte zumindest mal atemtechnisch überleben können. Das heißt, da hatte sich so viel geändert auf der Erde, also noch nicht die Position der Kontinent, die war sowieso noch eine ganz andere. Die verschoben sich dann noch x-mal während dieser 500 Millionen Jahre. Aber immerhin waren ein paar Sachen schon mal so einigermaßen ähnlich wie heute. Und deswegen sind diese 500 Millionen Jahre über die Natur gemäß auch mehr Daten hart, weil noch weiter zurück, das ist dann wirklich lange, da weiß man nicht so genau Bescheid, was in diesen vorherigen 4,2 Milliarden Jahren passiert ist. Über die 500 Millionen Jahre weiß man ein bisschen mehr. Es sind eigentlich 550 oder sowas. Ja, und das ist das Temperatursignal hier. Und jetzt sagen die in dem Film, und das ist auch richtig so, wir sind hier. Es ist also relativ kalt. Es gab dann Zeiten, da war es noch ein bisschen kälter. In diesen 500 Millionen Jahren. Aber die allermeiste Zeit war es deutlich wärmer. Ja, und insbesondere in den letzten 200 Millionen Jahren hier, das ist dieser Hubsel, da war die Erde sogar eisfrei. Da gab es kein Eis an den Bohlen und die Erde war überall tropisch warm. Und Sie meinen jetzt in dem Film, warmer water means more life. Also das ist so ein Satz, den ich herausgegriffen habe. Wärmeres Wasser oder wärmeres Klima bedeutet mehr Leben. Und in der Tat, dem würde ich zustimmen, dass in dieser sehr warmen Phase der letzten 250 Millionen Jahren, dass da das Leben enorm gediehen ist. Da gab es vor 60 Millionen Jahren, also ungefähr hier, gab es so einen Meteoriteneinschlag. Jedenfalls haben wir starke Hinweise darauf. Und dann sind die Dinosaurier, die Echsen, die haben hier sehr lange, über 200 Millionen Jahre, die Erde beherrscht. Die sind ausgestorben und dann kamen die Säugetiere. Aber insgesamt hat die Erde in dieser warmen Phase, meist warmen Phase, hat das Leben enorm zugelegt. 200 Millionen Jahre Dinosaurier und dichte Wälder. Es war in den 200 Millionen Jahren, ja, okay, 200 Millionen Jahre ist noch eine kürzere Zeitspanne. Man kann auch 500 Millionen Jahre sagen, nein, bei 200 Millionen Jahren ist die Aussage richtig. Es war in den 200 Millionen Jahren, also in den letzten 200 Millionen Jahren, noch nie so kalt wie heute. Es ist also heute massiv abgekühlt und während der letzten, ich glaube sogar 250 Millionen Jahre, war die Erde eisfrei. Also keine vereisten Pole. Es ist also ganz ungewöhnlich kalt im Augenblick. Und deswegen meinen Sie, es war doch nie so warm wie jetzt. Das ist dann wohl falsch. Also das ist die Frage, wie man nie definiert. Also wenn man den sehr langen Zeithorizont vor Millionen Jahren nimmt, da war es eigentlich die meiste Zeit wesentlich wärmer als heute. Und Steve Conin, das ist einer, der hatte ich da auch das Bild gezeigt, der sagt sogar im Interview da an der Stelle im Film, dass es 13 Grad wärmer war. Es kommt mir ein bisschen viel vor. Also ich hatte mir mal gemerkt, dass die Temperaturspanne, in der so das Klima so hin und her schwankt, dass das in der Eiszeit, also vor mehr als 10.000 Jahren, da war es etwa 7, 8 Grad kühler und in einer anderen Richtung 7, 8 Grad wärmer. Und 13 Grad kommt mir jetzt für die globale mittlere Temperatur ein bisschen viel vor. Aber okay, im Prinzip, es war jedenfalls überall auf der Erde tropisch warm. Und zum Beispiel im hohen Norden da von Grönland oder auch auf diesen Inseln im Norden von Kanada, da findet man zum Beispiel versteinerte Baumstümpfe. Ja, die sind fossiliert. Das war vor 30 Millionen Jahren. Da wuchsen da Wälder und so, da wo heute eigentlich nur Eis und Schnee zu finden ist. Ja, es war so wirklich viel, viel wärmer. Ja, also die Aussage ist richtig, würde ich sagen. Weiter die These, es war noch nie so warm wie jetzt. Die Erde ist heute ungewöhnlich kalt verglichen mit den letzten 500 Millionen Jahren. Ja, das hatten wir ja gerade. Nicht am kältesten, aber sehr kalt. Es gab in diesen 500 Millionen Jahren, vor, ich glaube, 350 Millionen Jahren, da gab es mal eine ziemlich heftige Eiszeit, die auch viele Millionen Jahre angehalten hat. Das war auch nicht so gut für das Leben. Da wurde es richtig rapide kalt und ziemlich lange auch. Ja, aber es ist jetzt auch relativ kalt. Nicht so kalt wie in dieser extrem kalten Phase vor, ich glaube, 350 Millionen Jahren. Also die meiste Zeit der 500 Millionen Jahre war es viel wärmer als heute. Aber es gab eine relativ lange Eiszeit, die erstreckte sich über viele Millionen Jahre. Das war ein totaler Kälteeinbruch. Und da war es kälter als heute. Aber sonst war es immer wärmer. Ja, und seit 60 Millionen Jahren, als da die Dinosaurier dann ausstarben, entwickelten sich die Säugetiere. Und Säugetiere gedeihen gut, wenn es wärmer ist. Das sieht man hier auf grün in dem Movie, das ist wieder ein Standbild. 10 Minuten 04 sind wir. Da sieht man hier so einen Jaguar oder so was, der da also gut gedeiht, ist auch grün eingefärbt. Ist schön warm. Ja, also sie meinen, dass Wärme für das Leben gut ist. Ich glaube, das kann man wohl auch sagen. Da ist man jetzt noch kein Klimaskeptiker. Aber das Leben hat sich in diesen langen Phasen der Wärme und übrigens auch der Feuchtigkeit in den warmen Phasen, ist natürlich viel mehr Wasser aus den Ozeanen verdampft. Das heißt, die Erde war warm und feucht. Das war gut für die Pflanzen. Und die Pflanzen sind die Primary Producers. Die produzieren überhaupt erst mal Nahrung und dann beginnt da die Nahrungskette bis hin zu den Raubtieren und schließlich zum Menschen. Das war also gut. Da haben jetzt die Herrschaften aus dem Film schon irgendwie recht. Ja, und dann geht es weiter zu, das Thema ist eigentlich, kommt nicht vor, der Begriff, aber Hitzetote. Da ist jetzt die Meinung, wir vertragen bestimmte Temperaturen oberhalb von irgendeinem Limit nicht. Ja, und dagegen wenden sie sich. Wir sind eine tropische Spezies aus Afrika. Ja, ja, und in der Tat, der Mensch hat sich, Homo sapiens, vor ungefähr 400.000 Jahren, das ist eine ganz kurze Zeitspanne, vorher waren es eben Affen oder so Menschenaffen. Da gibt es also, die Homo-Linie gibt es seit drei Millionen Jahren, seitdem hat sich das Gehirn dann vergrößert. Aber am Anfang der drei Millionen Jahre war es noch relativ klein, das ist ja größer geworden. Und man kann von Homo sapiens, also unserer Art, kann man seit drei, seit 400.000 Jahren reden. Und wir kommen aus Zentralafrika, ja. Also da findet man die ältesten, ja, foszillierten, ja, Knochen und sowas von Wesen, die man der Homo sapiens-Linie zuordnen kann. Da haben sie hier einen Ausschnitt genommen aus einem Schwarz-Mais-Movie von Charlie Chaplin, der hier offenbar als Neandertaler in so einem Felder unterwegs ist und sich gerade in Zigarette anzündet. Und zwar, das passt ganz gut, wir entwickelten uns am Äquator, ja. Und da war es natürlich auch in bestimmten Zeiten, 300.000, 400.000 Jahre, das heißt, dass wir nicht in dieser sehr warmen Phase schon existierten, da waren es alles noch Affen, als der CO2-Gehalt viel höher war. Also wenn wir weiter als eine Million, zwei Millionen Jahre zurückgehen, da war es viel wärmer auf der Erde und natürlich erst recht in Zentralafrika, da gab es auch nur die Affen, die haben das aber überstanden, die hohen Temperaturen und die hatten noch keine Klimaanlagen und nichts. Und auch wir haben als Homo sapiens-Spezies dann zum Beispiel letzte Warmzeit, die eben Warmzeit vor 130.000 Jahren überstanden, da war es auch mal eine Ecke wärmer. Da waren wir aber wohl noch in Afrika. Ja, also wir haben diese Hitze, die haben wir überstanden, aber wir sterben, wenn es zu kalt wird und wir nackt sind. Also das muss man klar sagen, nördlich der Alpen, ohne dass wir Häuser haben, Klamotten zum Anziehen oder auch Feuer, also irgendwas zum Heizen, würden wir den Winter in Europa, Mittel- und Nordeuropa nicht überstehen. Da gibt es auch Kältetote und das mit den Hitze-Toten, das ist aber was, in dem Film wird dieses Wort Narrativ immer wieder benutzt. Das heißt, es wird ganz oft von der Presse, von der Politik, von den Aktivisten wiederholt, bis alle glauben, es stimmt. Ja, aber das ist ja so eine Art demokratische Abstimmung, ist eins und eins drei. Ne, ist immer noch nicht drei, selbst wenn die Mehrheit das meint. Ja, mit diesem Narrativ der Hitze-Toten, da kann ich mich auch nicht so richtig anfreunden. Wir kommen aus dem tropischen Afrika und wir existieren seit 400.000 Jahren und da gab es Verflixt-Warmphasen, die haben wir alle überstanden. Aber wir überstehen den Winter nicht in Mitteleuropa und Nordeuropa, wenn wir nicht irgendeinen Schutz haben. Wir konnten Afrika nur verlassen, so das Statement in dem Film, mit Feuerbehausung und Kleidung. Ja, ich glaube, das kann man so akzeptieren. Ja, es geht weiter mit dieser Wärme, die wir heute haben, die unprecedented ist, also aus englischer Ausdruck, die es vorher nie gab. Seit 50 Millionen Jahren, das ist dieses Bild hier, auch das, ein Isotopenverhältnis, glaube ich, hier steht jetzt mal eine Temperatur dran. Genau, also seit 50 Millionen Jahren, das ist so kurz nach dem Aussterben der Dinosaurier, geht die Temperatur, die Blaukurve die ganze Zeit runter, 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 runter. Ja, und ungefähr seit 35 Millionen Jahren, das ist dieser Knick hier, ist die Antarktis vereist, vorher war sie also nicht vereist. Und ab drei Millionen Jahren vereiste dann auch der Nordpol. Der ist ja kein Land, sondern Wasser und der hat ein bisschen länger gebraucht, bis er einfriert. Und dadurch, das heißt, wir sind jetzt in einer außergewöhnlich kalten Phase für die letzten 250 Millionen Jahre und auch für die letzten 60 oder 50 Millionen Jahre und auch für die letzten drei Millionen Jahre. Wir sind am kältesten Punkt und es ist nach Definition Eiszeit, weil die Pole vereist sind. Ja, aber es gibt dann innerhalb dieser Eiszeit dann richtige Eiszeit, da wird es richtig geil und dann Zwischeneiszeiten, da sind wir im Augenblick drin. Seit 50 Millionen Jahren, so im Film, wird es kälter. Wir sind im späten kenozoischen Eiszeitalter. Late Xenoscopic Ice Age ist der Fachausdruck im Englischen. Wir sind am Ende einer 50 Millionen Jahre anhaltenden Abkühlung und Sie, die Klimaaktivisten, und Sie sagen, es sei zu heiß. Da muss ich dann lachen, weil wenn man das so darstellt, dann wirkt es ja schon ein bisschen lustig. Ist ja wahr, wir sind wirklich an der kältesten Stelle seit 250 Millionen Jahren und jetzt ist es uns aber zu heiß. Naja gut, also kann man so darstellen, wirkt auch ein bisschen lustig. Aber wir sind natürlich an dieses Klima hier gewöhnt, ja, und wenn es jetzt auf einmal vor mehr als drei Millionen Jahren deutlich wärmer wird, dann haben wir mit den acht Milliarden Menschen auf der Erde deutlichen Probleme. Das ist jetzt meine Meinung, ja. Also es ist eine lustige Darstellung im Film, die ist auch nicht falsch, aber es ist natürlich einseitig, ja. Es ist eine Verharmlosung der Erwärmung, die uns große Probleme bringen wird. Aber sachlich gesehen ist es schon richtig, ja. Gut, so, jetzt sind wir in der kalten Phase, wir sind reingezoomt, jetzt geht es nur noch um die letzten, was ist das hier, 800.000 Jahre. Immer noch die Klimathese, es sei noch nie so warm gewesen wie jetzt. Und jetzt gibt es eben in dieser Kältephase seit rund einer Million Jahre, hier, das geht jetzt zurück, 800.000 Jahre, Gletscher Maxima und Minima, Glacier Minima und Glacier Maxima, also im Deutschen kenne ich das nur unter Eiszeiten, wo es jetzt richtig kalt ist. Also zum Beispiel in der Zeit vor mehr als 10.000 Jahren bis vor etwa 100.000 Jahren, da war Eiszeit, also die meiste Zeit in der Vergangenheit war Eiszeit. Und dann ist Nord- und Mitteleuropa unbewohnbar, ne, ist also komplett vereist, das ist ein Glacier Maxima, also eine Eiszeit. Und dann gibt es zwischendrin Unterbrechungen, das ist mal für 10.000 Jahre ein bisschen wärmer, das ist eine Zwischeneiszeit, Glacier Minima. Und die Temperaturdifferenz hier ist nach allem, was ich gelernt habe, weniger als 10 Grad. Auf der Temperaturskala, die hier links aus dem Film, aber an dem Diagramm dran ist, da sind es 20 Grad, da ist also eine horrende Temperaturskala dran. Ja, die Temperaturskala würde ich jetzt mal so nicht akzeptieren, die hier also dran gemalt ist an dieses Diagramm. Das Diagramm sind Daten, Isotopenverhältnisse aus Eisbohrkernen, aus der Antarktis in diesem Fall hier. Und das ist wohl in Ordnung, also der Verlauf hier, der Kurve, aber die Skala, also die Skala, damit bin ich nicht einverstanden, die ist zu groß. Also da ist auch die Tendenz ein bisschen, dass man sagt, es sind sehr große Temperaturunterschiede, die uns von einer Eiszeit unterscheiden, so dass die ein bis zwei Grad Erwärmung, die wir dann demnächst haben, werden klein wirken. Währenddessen die Gegenseite, die Klimaaktivisten immer sagen, in der Eiszeit war es nur fünf Grad kälter, so dass zwei Grad eine ganz große Erwärmung sind. Ja, also das ist eine tendenziöse Darstellung von beiden Seiten in meinen Augen. Ja, also muss man jetzt wirklich gucken, wie die Isotopenverhältnisse einem Temperaturunterschied seriös zugeordnet werden können. Ja, gut, also ich würde mal sagen, es ist weniger als zehn Grad, die uns heute von einer Eiszeit trennen, eher sechs bis sieben Grad. Gut, und wir leben jetzt im Augenblick in einem Gletscherminimum, ist also immer noch Eiszeit, aber eben mal zwischendurch ein bisschen wärmer und das ist das aktuelle Holozehn, so heißt diese Zeit, diese Warmzeit hier, vorher war die eben Warmzeit und jetzt sind wir, oder Zwischeneiszeit ist der korrekter Ausdruck, und jetzt sind wir hier, das ist dieses letzte Stück hier, wo es mal hoch geht, hier, da sind wir, das ist also das Holozehn, eine Zwischeneiszeit. Ja, noch mal, immer noch zu der Klimathese, es war noch nie so warm wie jetzt, zur Zeit ein Gletscherminimum, das aktuelle Holozehn. Zivilisationen, und jetzt geht es um Zivilisationen, entstanden im Klimaoptimum des Holozehn, und es war, so die Meinung, im Klimaoptimum des Holozehn, also hier ist eine Zivilisation, die da entstand, das ist jetzt bei Minute zwölf hier im Film, das sind die Ägypter, eine der ersten Hochkulturen, wenn man so, die Ägypter war hoch organisiert, eine Hochkultur, und diese Kulturen, Hochkulturen, die auch Werkzeuggebrauch intensivierten, die Gebäude gebaut haben, die gibt es erst seit ungefähr 8000 Jahren, also seit dem Ende der letzten Eiszeit, als das Klima für 10.000 Jahre bis heute ganz ungewöhnlich stabil war. Und daraus kann man schließen, und das tun auch die Leute, die sich mit der Entwicklung der Menschheit beschäftigen, die meinen, dass dieses stabile, einigermaßen warme Klima, dass das entscheidend war für die Entwicklung der Hochkulturen. Vorher gab es keine Hochkulturen, da war es alles, die lebten alle in Höhlen, ja, immerhin hatten sie schon mal Fälle zur Bekleidung, sonst wäre ja Europa vom Homo sapiens gar nicht besiedelt worden, aber diese Hochkulturen mit diesen, ja, in Ägypten zum Beispiel sehr beeindruckenden, sehr dauerhaften Gebäuden, die gab es erst etwa ab der Mitte des Holozehns, und im Film wird gesagt, dass es im Klimaoptimum des Holozehns, dass es da vielleicht 0,5 oder 1 Grad wärmer war als heute. Also was ich sagen würde, ist aus dem Lehrbuchwissen, ja, bevor jetzt diese ganze, also wenn wir 20 Jahre zurückgehen, bevor jetzt diese ganze Klima-Ideologie-Debatte so ausgebrochen ist, dass es schon im Klimaoptimum des Holozehns wärmer war, also vor 5, 6, 7.000 Jahren, und zwar wärmer als am Ende der kleinen Eiszeit, also vor Beginn der industriellen Revolution. Da war es 1 bis 2 Grad wärmer, oder 0,5 bis 1 Grad wärmer, also wärmer, und da war zum Beispiel die Sahara eine grüne Feuchtsavanne. War wirklich ein anderes Klima, und es sind jetzt nur 5 bis 7.000 Jahre, die wir zurückgehen. Und in dieser Zeit entwickelten sich tatsächlich in so einer Staffel die Hochkulturen, die Sumerer und auch in China die ersten Kulturen und so weiter, wo es da früh losging, dass der Mensch sich organisierte. Es kam dann dazu, dass Schrift entwickelt wurde und dass die Leute eine Arbeitsteilung hatten. Sonst vorher war es eine Subsistenzgesellschaft, also wo jeder nur alles selber produzierte, was er auch selber brauchte. Also der Start unserer ganzen Kultur fand statt in der wärmsten Phase, so meines Erachtens schon das ungefähr richtige Statement in dem Film der aktuellen Zwischenreiszeit. Aus Schlussfolgern die Autoren oder die interviewten Personen, dass Wärme gut ist für Zivilisationen. Ja, schon gut, Wärme ist schon gut, aber nicht zu warm. Also, ja, da geht es weiter, wenn wir jetzt ans Ende des Holozehns gehen, also das sind jetzt hier die letzten 2000 Jahre, da gab es also auch Temperaturfluktuationen, und da gibt es eigentlich von den Leuten, die sich mit Archäologie beschäftigen, durchaus einen Zusammenhang zwischen der Existenz von Hochkulturen, wie etwa die Römer oder die Hochkultur des Mittelalters, und einem wärmeren Klima. Das wurde jetzt allerdings durch eine Arbeitsgruppe von Klimawissenschaftlern widerlegt, die meinen, es gab gar keine Klimaschwankungen in den letzten 2000 oder 3000 Jahren. Ja, das steht auch überall im Internet, diese Kurve ist einfach eine flache Kurve, da gibt es nur ein bisschen 0,5 Grad Absenkung in der kleinen Eiszeit, aber ansonsten eine gerade Kurve. Ja, das ist jetzt die Gegenseite, das sind die Leute, die alles so auslegen, dass nur der Mensch das Klima ändert. Ja, die wollen also gerne, dass vorher das Klima stabil war. Ich denke schon, dass diese Kurve ungefähr richtig ist, denn es gibt ein Klimaoptimum und auch kältere Phasen in den letzten 3000 Jahren. Das sieht man sehr, sehr schön deutlich an der Ausdehnung der Gletscher in den Alpen, und deren Ausdehnung kann man sehr genau über die Schrammen, die machen so Schrammen auf den Felsen, und da gibt es noch andere Indikatoren, die kann man auch datieren, und da kann man diese Glaciologen rausfinden, wann die Gletscher sich vorgearbeitet haben, und da wurde es kühler, um wann sie sich wieder zurückgezogen haben. Deswegen denke ich, dass es durchaus in den letzten, also es ist meine persönliche Meinung, in den letzten 3000 Jahren durchaus Temperaturschwankungen gab, und dass die tatsächlich damit korrelieren, dass wir eine Hochkultur haben, das ist die römische Warmphase, dann gibt es hier eine mittelalterliche Warmphase, dazwischen war es kalt, das sind das dunkle Zeitalter nach dem Zusammenbruch jetzt in Europa des römischen Reiches, und natürlich die kleine Eiszeit, die selbst die Klimawissenschaftler jetzt durchaus akzeptieren, dass sie existiert hat. Und hier in dem Film wird das also gestresst, dass insbesondere immer wenn es wärmer war, also nur 0,5 Grad, dass das gut war für die Kultur des Menschen, also das ist sehr europäisch, da kann man das genau verfolgen. Nach dem Optimum des Holozehn vor 5000 Jahren wurde es kälter und das Klima fing an zu fluktuieren. Römisches Optimum, das war wärmer, Dark Ages, da war es kälter, mittelalterliches Optimum war es wieder wärmer, und dann die kleine Eiszeit, da war es kälter. Und jetzt geht es hier aufwärts, das ist unsere Erwärmung, die, wie ich meine, durch das CO2 hervorgerufen wird. Wir haben also diesen Kaltzeit-Trend in die nächste Eiszeit, weil eigentlich wäre das Holozehn jetzt zu Ende, aber das haben wir massiv unterbrochen durch diese, meine Interpretation, das ist nicht so im Film, meine Interpretation aus der normalen Vorlesung ist, wir haben das CO2 da losgelassen und jetzt wird es wärmer und haben damit diesen Trend in die nächste Eiszeit aber massiv umgekehrt. Und vorher wäre es vielleicht zu kalt geworden in der Verlängerung der kleinen Eiszeit, aber jetzt wird es eben dummerweise dann eventuell zu warm. Also hier sieht man jedenfalls diesen Anstieg durch die menschlichen Aktivitäten, aber das wird in dem Film eben auch bezweifelt, dass das CO2 die Ursache ist, aber da kommen wir noch zu. Jetzt haben wir ja eine andere These, gegen die sich der Movie richtet, und das ist bei Minute 13, 14 Sekunden. Die Temperatur geht steil nach oben, das ist seit den 80er Jahren so, kann man an dieser überall publizierten Kurve der globalen mittleren Temperatur sehen, und sie meinen die Kurve stimmt nicht. Und sie haben da eine andere Kurve, und zwar Central England Temperature Record, die zentrale englische Temperaturaufzeichnung. Und sie meinen, das ist die älteste konsistente, also geschlossene Aufzeichnung einer Jahrestemperatur, die es gibt. Die startet tatsächlich bei 1650, ich wusste nicht, dass es die gibt, ich kenne nur Messkurven ab 1850 ungefähr, wo die globale mittlere Temperatur aufgestellt wird. Hier ist es nur eine Temperatur in Zentralengland, die ist also nicht repräsentativ für den ganzen Planeten, aber schon mal interessant sich das anzuschauen. Und jetzt wird hier dargestellt auf dieser Skala, das sind 11 Grad nach oben und 7 Grad, das ist ein relativ großes Temperaturintervall, und da wird gesagt, jetzt guckt euch das mal an, das ist gar keine Erwärmung. Also gut, da ist ja schon eine Erwärmung hinten, also hier geht es ja schon hoch, da geht es eigentlich das letzte Stück komischerweise wieder runter, bis 2015 oder so, wie weit das geht. Und das sieht jetzt so aus, als wäre die Erwärmung gar nicht so schlimm, weil es gab ja schon mal eine Erwärmung hier um 1730 oder so was, und ansonsten zappelt die Kurve ja auch munter hin und her, und das relativiert die aktuelle Erwärmung sehr. Also ich kannte diese Temperaturmessung nicht. Es ist ungefähr das Gegenteil von der Kurve, die die Klimawissenschaftler, ich glaube in Science oder Nature publiziert haben, wo also überhaupt nichts passiert über diese ganze lange Zeit und noch viel länger, und dann geht es auf einmal steil hoch, und es sieht vollkommen dramatisch aus, und hier haben die Leute das Gegenteil gemacht. Sie haben tatsächlich eine Kurve gefunden, wo der Anstieg im Augenblick kaum zu sehen ist. Und das meine ich mit meinem Dreieck. Die eine Sorte, das sind jetzt tatsächlich Klimaprofessoren auch, also Wissenschaftler, die haben es also geschafft, ich habe das auch mal in einem Video analysiert, dass es so aussieht, als gäbe es überhaupt keine Temperaturfluktuation, nur ein bisschen Absacken in der kleinen Eiszeit, aber minimal, und dann das Hochrauschen der Temperatur. Und die Leute hier in Climate the Movie machen das Gegenteil. Sie haben tatsächlich eine Kurve gefunden, die gibt es wohl wirklich, wo das so aussieht, ja, es war sowieso immer mal wärmer und kälter, und jetzt ist es mal ein bisschen wärmer, aber so what. Gut, also mit dieser Kurve, das ist ganz schön, dass sie da irgendwo so gemessen wurde, aber ich glaube, die Aussage ist falsch, also die dahinter steckt. Central Ingrid Temperature Records heißt 16, erstaunlich flache Kurve, ja. Das Gegenteil von dieser, was da überall rumgeistert im Internet. Die Erwärmung heute ist die Erholung aus der kleinen Eiszeit. Ach so, ja. Und Sie sagen, dass es die kleine Eiszeit gab, die war also hier zu Ende, ja, eine kleine Eiszeit, und jetzt relaxiert, also es wird jetzt wieder wärmer, weil diese Bedrückung der kleinen Eiszeit ist zu Ende, und dann relaxiert die Temperatur, so als wäre sie runtergedrückt worden und kommt wieder zurück. Sagen aber nicht warum, ja. Was auch immer diese Erholung auslöst, das lässt, ich weiß nicht, ob Herr Hepper das sagte, einer der Interviewten, also werden immer wieder die Leute interviewt zu diesen Bildern hier, er meint, ja, was auch immer das auslöst, ist einfach die Erholung aus der kleinen Eiszeit. Ja, ja, also wirklich, das passt zu meinem Dreieck, ne. Die eine Sorte, also es ist immer konstant, und jetzt rauscht es hoch, und die andere Sorte, es geht immer auf und runter, und es ist überhaupt keine Erwärmung zu sehen. Jetzt habe ich das recherchiert, und man findet tatsächlich im englischen Wikipedia diese Messkurve hier. Das ist die Central England Temperature Messung, ich weiß nicht genau wo, irgendwo in der Mitte von England, und das ist die Kurve, die stimmt auch überein mit dieser nachgemalten Kurve in Climate the Movie, und hier haben wir ja schon ein bisschen Erhöhung, und wir sehen auch diesen Buckel hier in den 50er Jahren, also wenn man diesen Teil hier vergrößern würde, dann würde der ungefähr übereinstimmen mit dieser Kurve, die wir erhalten haben, zur globalen mittleren Temperatur, also nicht bloß Mittelengland, überall finden. Jetzt habe ich, es fiel mir einer, als ich da drauf guckte und dachte, was ist denn das? Hier gibt es einen Spike nach unten bei 1738 oder so, gab es ein sehr kaltes Jahr, und dann fiel mir ein, ach, ich weiß ja, dass mal ein Jahr sehr kalt war, und das war das Jahr ohne Sommer, hier without some, 1816, da wo der rote Pfeil ist, da hätte ich jetzt erwartet, dass da also so ein Spike auf dieser Kurve ist, ins Bodenlose, weil es da, da war es im Sommer geschneit in der Schweiz, ja, und auch in Deutschland, es gab eine riesige Hungersnot, weil die Ernte in Europa, in vielen Teilen Europas ausgefallen ist, es blieb einfach Winter das ganze Jahr, das war ein Lukan-Ausbruch, der das ausgelöst hat, in Indonesien, hier gibt es eine englische Wikipedia-Seite dazu, aber in der Kurve hier taucht der Spike bei 1815 und 1817, es war zwei, drei Jahre war es kälter, taucht nicht auf, ist nur so ein bisschen kälter, aber durchaus vergleichbar mit den anderen kalten Jahren, ja, das kann nicht stimmen, na, tut mir leid, wenn man in so einer Kurve weiß, es gab ein Jahr, das muss da rausrasen, weil es absolut kalt war und es ist nicht da, dann stimmt mit dieser Temperaturkurve etwas nicht. Und das ist übrigens für beide Seiten der politischen Klimatologen, also die Skeptiker und die Aktivisten, ist das identisch, sie machen keine Querverweise, sie suchen sich einen Beweis raus, Beweis in Anführungsstrichen, und nehmen den und so, oh, hier habe ich meine These bewiesen. Und wenn dann einer daherkommt, ja, aber es gab doch das römische Klimaoptimum, da haben die doch da in London Wein angebaut und sowas alles, dann wird das von, in dem Fall jetzt von den Aktivisten, weggewedelt, weil es war konstante Temperatur. Und diese Leute hier, die wollen jetzt nur partout zeigen, dass unsere aktuelle Klimaerwärmung nicht so wild ist, haben diese Kurve hier gefunden, hier muss man suchen im Internet, und dass das jetzt nicht passt zu dem Jahr 1816, wo ja ein Ausreißer nach unten sein muss, das wird nicht diskutiert. Ich glaube, die haben immer die Hoffnung, dass man Inkonsistenzen, so nenne ich das mal, Querverweise zu anderen bekannten Wissen, dass man das nicht merkt. Ja, ich merke das manchmal, also auch nicht immer. Und das ist aber auf beiden Seiten so. Auch die andere Seite nutzt sogenannte Beweise, ja, es ist so und so und so, ist ja vollkommen klar, und wenn man, ja, Moment mal, aber zum Beispiel zum CO2, also wenn wir drei Millionen Jahre zurückgehen, da war ja viel mehr CO2 in der Atmosphäre, wieso gab es denn da Muscheln? Die haben sich doch in den sauren Meeren, hätten die sich doch auflösen müssen. Solche Querverknüpfungen werden nicht gemacht, ja. Also daran erkennt man, dass einseitig Pseudobeweise sind keine richtigen Beweise, das ist auch kein Beweis hier. Die werden rausgesucht. Sorry, dass ich jetzt die Kollegen, diese 20 oder so Klimawissenschaftler und Aktivisten auf der Gegenseite jetzt so kritisieren muss, aber ich hätte wenigstens erwartet, dass sie auf das Jahr ohne Sommer dann auch mal eingehen, hier in dieser Kurve. Also die Kurve ist ein bisschen komisch. Ja, jetzt geht es um eine andere These, und zwar, Klimathese mehr als 1,5 Grad oder 2 Grad ist Ende der Zivilisation, und das haben wir ja nur allenthalben. Es gibt die Last Generation, es gibt die Rebellion Extinction, Auslöschung, oder es gibt eben diesen Präsidenten der UNO oder Vorsitzenden der UNO, der meint, wir sind auf dem Highway to Hell. Oh, ja, das ist schon das Wording. Das Wording ist, wir sterben aus, wenn es wärmer als 1,5 Grad wird, es wird aber wahrscheinlich wärmer als 1,5 Grad, müssen das vielleicht auf 2,0 Grad korrigieren. Und die Leute in diesem Movie, die wehren sich dagegen, dass das das Ende der Zivilisation ist, und sie nehmen hier diese Kurve der Temperatur seit 1940 im Central Park in New York. Da wird seit 1940 die Temperatur gemessen, und erst mal findet man hier keine Erhöhung. Also ganz klein bisschen Erhöhung, aber die Erhöhung ist schon wieder weg. Also ich habe wieder eine Kurve gefunden, die geht so bis 2015, wie es scheint. Also im Central Park in New York gibt es keine Klimaerwärmung, ist immer die gleiche Temperatur, ja. Aber, ja, weiß ich auch nicht warum, das ist ein bisschen komisch. Aber es gibt Jahresschwankungen, ja. Und die Argumentation ist, die jährlichen Schwankungen von kalten Jahren zu warmen Jahren sind ja viel größer als 1,5 oder 2 Grad. Da müsste ja in den kalten Jahren ständig die Menschheit aussterben. Also sie wollen damit sagen, Leute, wieso meint ihr, dass 1,5 oder 2 Grad zum Aussterben der Menschheit führen, weil wir ja sowieso von Jahr zu Jahr, zumindest im Central Park in New York, diese Schwankungen haben. Also die gibt es auch auf der ganzen Erde. Es gibt kalte und warme Jahre. Ja, also zunächst mal kein Anstieg im Central Park. Das haben sie jetzt gefunden. Man muss also im Internet schon lange suchen, dass man Kurven findet, wo kein Temperaturanstieg in den letzten 50 oder 100 Jahren zu finden ist. Ja, größere Variationen von Jahr zu Jahr und der Abstand Maximum zu Minimum, also warme Jahre, kalte Jahre, sei 5 Grad, ist hier reingemalt worden. Und dann meinen sie ja, hier gibt es 5 Grad zwischen dem kältesten Jahr im Central Park und dem wärmsten. Und da sind wir ja auch nicht ausgestorben. Also sie wollen damit diese 1,5 oder 2 Grad Maximalgrenze einer globalen Erwärmung mit den Temperaturschwankungen im Central Park in New York relativieren. Ja, oder sogar hier Stephen Conin und Will Happer sagt es, glaube ich, zum Schluss hier, sie sagen, sie, das sind jetzt die Klimaaktivisten, 1,5 Grad bedeutet das Ende der Zivilisation. Und ich glaube, Will Happer sagt, seid ihr verrückt? Ja, are you crazy? Ja, also ich weiß, es ist die globale mittlere Temperatur und wenn die sich um 1,5 Grad werden wir sowieso reißen, hatte ich ja in mehreren Videos gesagt, aber 2 Grad. Und ich würde denken, 2 Grad ist mal eine vernünftige Grenze, die wir anstreben sollten, dass wir die nicht reißen. Aber man kann sich natürlich schon fragen, wenn es jetzt 2,2 Grad wärmer wird, werden wir dann aussterben? Nein, Leute, wir werden nicht aussterben. Wir haben ein Problem. Und diese Aussterbepolemik, dieses Wording, das kommt von links oben in meinem Dreieck. Da sind wieder die Leute, die auch von der Angstmache leben. Man kommt ja nur in die Presse heutzutage, wenn man also wirklich die Aussterbetrommel rührt, sonst kommt man nicht durch. Und übrigens Leute, die sagen, wir werden nicht aussterben, die kommen auch nicht durch. Also wenn man sagt, ist nicht so schlimm, na, es ist schon schlimm, ja, aber die Kultur wird nicht aussterben. Okay, aber diese Argumentation hier mit dem Zentralpark, da kann man mal drüber nachdenken, aber die ist natürlich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Man kann sich auch wirklich fragen, wenn wir mal warme und kalte Jahre auch bei der globalen mittleren Temperatur, gibt es Schwankungen. Und da gibt es kalte und jetzt eben dieses Jahr hatten wir durch El Niño ein besonders warmes Jahr oder das und das letzte und dieses Jahr hier. Und da werden wir jetzt auch nicht gleich aussterben. Aber wir haben ein Problem. Also es gibt eben die Untertreibung, das ist das hier, und die Übertreibung, das ist die Aussterbepolemik, nennt man das. Okay, also eine interessante Kurve, aber ich glaube, das führt hier uns nicht, das ist nicht zielführend. Ist gut, im Zentralpark in New York hat aus irgendeinem Grund die Temperatur nicht zugenommen und sie variierte aus anderen Gründen von Jahr zu Jahr. Keine Ahnung warum, aber damit kann ich jetzt nicht allzu viel anfangen. Aber ich habe es mal dargestellt. Also ich würde sagen, so der Kurve, so what? Das hilft uns jetzt nicht. Ja, und jetzt geht es um wirklich die Ursache der Erwärmung. Und da wird bezweifelt, dass es das CO2 ist. Und das ist dann schon Klimaleugnung. Also wenn man sagt, dass das CO2 nicht die Ursache der Erwärmung ist, da ist man jetzt wirklich auf einem Nebengleis unterwegs, abseits der normalen Naturwissenschaft. Und dann ist man ganz oben rechts in meinem Dreieck. Und sie sagen hier, also die Erwärmung ist, die Ursache ist die Verstädterung und die Zunahme der Weltbevölkerung, weil in den Städten ist es wärmer. Und wenn man jetzt immer mehr Städte hat, dann wird es im Durchschnitt eben auch wärmer. Und sie haben hier eine Heatmap, eine Wärmekarte von Heatmap of Paris. Das ist also Paris. Und da ist es hier 5 Grad wärmer. Ich weiß nicht, an welchem Tag hier. Und das ist von der European Space Agency. Die haben das offenbar mit Infrarotkameras aus dem Weltall aufgenommen. Oder ist es im Zentrum von Paris durchaus wärmer. Und wenn wir jetzt also eine Zunahme der Weltbevölkerung von einer Milliarde, was da vielleicht vor 100 Jahren oder so auf der Erde lebte oder noch länger her, auf jetzt über 8 Milliarden, da haben wir immer mehr Städte. Und das sind gewaltige Wärmequellen. Also die Ursache ist das Bevölkerungswachstum und die Wärme der Bevölkerung oder der Städte. Und durch die menschliche Aktivität. Sie zeigen dann auch Bilder von Innenstädten, wo die Leute so rumrennen, jede Menge Autos fahren und so was. Also nicht das CO2, sondern die Abwärme der Bewegung. Erwärmung wird durch menschliche Aktivität verursacht. Mehr Leute geben mehr Wärme. Und das ist Willy Soon. Den hatte ich jetzt nicht in meiner Liste, weil ich den vorher gar nicht kannte. Aber der hat da Papers dazu gemacht. Ist auch ein Wissenschaftler. Steht auch vorne in der Einleitung, wer das ist. Urban Heat Island Effect. Das ist also ein städtisches Hitze-Insel-Effekt. Die Städte sind Hitzeproduzenten, die zusätzlich den Planeten erwärmen. Und da meinen sie, das ist nicht das CO2. Es ist auch gar nicht so, dass überall sich das Klima erwärmt, sondern nur in den Städten. Und diese Sensoren, mit denen die Klimaerwärmung, die Wetterstationen gemessen wird, die sind alle in den Städten. Und die messen eigentlich die Urbanisierung und nicht die Erwärmung des Planeten. Messstationen werden immer mehr in Städte verlegt. Nicht, weil die Messstationen verlegt werden, sondern weil die Städte sich ausdehnen. Daher ist die Erwärmung nur die Vergrößerung der Städte. Und das von Roy Spencer. Also Roy Spencer hat da interessante Arbeiten gemacht. Und ich bin da in der Vorbereitung dieses Videos, dieser Filmkritik, hier auch tatsächlich auf seine Seite gegangen. Habe mir sogar echte Publikationen von ihm angeschaut. Das ist so eine echte Publikation. Hier allerdings nicht von Roy Spencer, von Willi Soon hier. Climate 23, ist eine Fachzeitung Climate 11, Band 11, Seite 179. Da findet man hier dieses Bild. Es genügt also, das hier in die Suchmaschinen einzugeben. Dann findet man das Paper. Ist für jeden frei zugänglich. Und da ist also hier ein Vergleich gemacht zwischen der Temperaturkurve, die man allen Teilen im Netz findet. Das ist die Klimaerwärmung. Es ist aufgetragen, die Temperatur gegen die Zeit. Und das ist nur das Land. Und da sind wir bei einer Erwärmung von über 1,5 Grad. Weil es ohne den Ozean ist. Es ist nur die Landkurve, wenn ich das richtig sehe. Ja, da steht es ja. Observe Temperatures Rural, also ländlich, and urban stations. Und städtische Stationen. Und da geht es hier eben seit 1980 rapide aufwärts. Und dann hat er, Willi Soon mit seinen Mitarbeitern, hat nur die ländlichen Wetterstationen genommen. An die Wetterstationen, da kommen auch wieder, kommt jeder dran. Zeige ich gleich, wie das geht. Und dann ist dieser rote Anstieg hier nur ein bisschen größer als die Erwärmung hier. Da gab es, wenn man das so auswertet, gab es schon mal eine Erwärmung so 1940 rum. Da war es mal ein bisschen wärmer. Und die aktuelle Erwärmung ist gar nicht so viel wärmer als die Erwärmung um 1940. Wo man meint, das war ja auf keinen Fall das CO2, weil da noch viel weniger CO2 in der Atmosphäre war. Ja, also das haben sie jetzt anders ausgewertet. Sie haben jetzt die Städte rausgenommen und dann ist plötzlich die aktuelle CO2-getriebene Erwärmung ist plötzlich weg. Ja, da habe ich jetzt drüber nachdenken müssen. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Jetzt haben wir keine Erwärmung mehr, sondern es ist die Verstädterung. Ja, und dann wird es weitergeführt. Also sie sagen, die Wetterstationen stehen jetzt eben hauptsächlich in Städten, weil die Städte so expandiert sind. Und dadurch kommt eigentlich nicht eine wirkliche Erwärmung, keine CO2-Erwärmung, sondern durch die Städte. Da kann man sich natürlich erst mal fragen, warum sind die Städte denn überhaupt so warm? Wo kommt die ganze Energie her? Ist das die Abwärme? Oder was ist das eigentlich? Und dann sagen sie als Beleg, dass man auch auf dem Ozean ja die Erwärmung messen kann. Und da ist sie auch viel schwächer. Ja, also das ist hier ein Standbild aus dem Film. Wir sind jetzt bei Minute 1854 und die blaue Kurve, das ist von der NOAA, also durchaus, das ist eine offizielle Kurve. Hier ist die Landerwärmung, nee, hier ist Land und hier ist Ozean. Normalerweise wird der Mittelwert genommen und der Ozean erwärmt sich viel weniger als das Land, weil die Wärmekapazität des Wassers viel größer ist. So habe ich es gelernt. Und sie sagen, das Land erwärmt sich gar nicht so stark, sondern das liegt an der Verstädterung. Und deswegen kommt der Unterschied der beiden Kurven zustande. Es sind zwei verschiedene Begründungen. Also wir haben für das Land und für den Ozean zwei verschiedene Erwärmungen. Die am Land ist viel stärker. Und man kann sagen, am Land, das ist eine Fehlmessung, weil wir da nur die Abwärme der Städte messen. Und das ist gar eine Klimaerwärmung und deswegen ist sie größer. Und ich sage, und ich denke, das ist auch das, was wohl richtig ist, dass der Ozean sich viel langsamer erwärmt, weil er eine viel größere Wärmekapazität hat. Also einen Raum mit zehn Kubikmetern zu heizen aus Luft ist ganz einfach. Aber wenn ich zehn Kubikmeter Wasser erwärmen will, da brauche ich ganz schön viel Energie. Also das hundertfache Energie. Deswegen geht das hier viel langsamer. Ich glaube, das ist die richtige. Also diese Kurve ist kein Beleg für diese Urban Heat Island Theorie. Es widerlegt sie nicht, meines Erachtens. Aber die Leute meinen, das ist sie wieder. Eine Bestätigung ihrer anderen Interpretation, wieso es wärmer wird. Sie meinen, es wird wärmer, weil wir mehr Städte und mehr Menschen haben. Und die Abwärme ist das, was wir hier messen. Ja, und da gibt es den Roy Spencer. Hier ist von seiner Homepage, das ist jetzt nicht aus dem Movie, sondern aus der Homepage von Roy Spencer, der eben bei der NASA arbeitet zusammen mit John Christie, der selber im Film nicht auftritt, aber den Namen kenne ich auch. John Christie hat auch interessante Analysen gemacht zur Kritik an dem Klimaaktivismus. Auch hier muss man sehr vorsichtig sein mit der Kritik von John Christie. Sie sind also Leute, die sich schon sehr gegen die eigentliche Grundidee der Erwärmung CO2, Treibhauseffekt, es wird wärmer CO2 aus der Verbrennung. Und sie versuchen dann alle möglichen Argumentationen dagegen zu entwickeln. Das ist auch so eine Gegenargumentation. Und es ist gar nicht so einfach, das zu beweisen, dass das falsch ist. Ich halte, also es gibt diesen Effekt der Hitzeinseln, der Städte, aber das ist nicht unsere Klimaerwärmung nach meiner Meinung. Trotzdem, Roy Spencer und John Christie sind dieser Meinung. Und hier sind jetzt einzelne Wetterstationen ausgewertet worden, soviel ich das verstanden habe. Also man kann es aber selber nachlesen, hier ist alles Englisch natürlich aus Amerika, eben dieser Heat Island Effekt. Das ist jetzt die normale Kurve hier mit diesem Buckel um 1940 herum und dann der starke Anstieg etwa ab 1980. Das ist die normale Erwärmung und er hat es dann hier für Vorstädte und die Städte genommen und da zeigt sich das ganz stark. Und der Anteil des Urban Heat Island Effekts ist die rote Kurve. Er meint also, dass an dem ganzen Temperatursignal, was jetzt immer so gestresst wird, dass wir deswegen dekarbonisieren müssen, dass da ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar mehr als die Hälfte, ein Artefakt ist, dadurch, dass wir mehr Hitze in den Städten haben und die Wetterstationen eben eine viel zu hohe Erwärmung melden. Und wenn er nur das Urban Signal nimmt, also nee, das ist sogar Wilderness to Very Rural, also von, es gibt in den USA ja die Wildnissen, also wo gar keiner wohnt, zu sehr ländlichen Bereichen, da ist eben nur die normale Erwärmung, also ergibt schon zu, es gibt eine Erwärmung, das ist dieses Signal hier, die ist aber auch nicht viel stärker als die Erwärmung um 1930 herum. Ja, ist auf jeden Fall viel schwächer ausgeprägt. Ja, also es ist eine massive Kritik an den Temperaturmessungen. Mir ist jetzt nicht ganz klar geworden, von Roy Spencer hauptsächlich, das findet man sehr schön dargestellt auf seiner Homepage, ob er meint, es ist ein Messfehler, weil die Wetterstationen sollten außerhalb der Städte liegen, oder dass wirklich die Städte selber eine Wärme produzieren. Ja, die Abwärme unserer Zivilisation ist allerdings nicht so groß, dass sie tatsächlich eine messbare Erwärmung des ganzen Planeten hervorrufen könnte, das kann man ausrechnen. Wir sind also auch mit unserem menschlichen Gesamtenergieverbrauch weit von der Energieeinstrahlung der Sonne, ich packe dort 10.000 oder 1.000 oder sowas entfernt, das würde auf gar keinen Fall ausreichen, dass es da eine Erwärmung gibt. Also wir können nicht mit der Abwärme unseres Energieverbrauchs den Planeten heizen, das ist viel zu wenig. Das ist ein anderer Effekt, der dazu führt, dass die Städte, es wird auch analysiert, warum, diese Paris-Karte stimmt ja, es ist in der Stadt wirklich wärmer, vor allen Dingen nachts, das hat was mit der Wärmespeicherung, im Sommer übrigens, mit der Wärmespeicherung von Benton und solchen Sachen zu tun, aber nicht damit, dass wir wirklich mit unserer Aktivität den Planeten heizen. Das ist jetzt wieder meine Widerlegung dieser Thesen hier, war ein bisschen schwierig oder ist schwierig, diese These zu widerlegen. Ja, der Roy Spencer hat dann auf seiner Homepage auch diese schönen Bilder hier gezeigt und er zeigt, hier ist das Bild von 1850, da gab es eben viel weniger Städte und die haben auch gar nicht so viel Wärme produziert, New York gab es schon, hier ist ein roter Fleck und hier im Jahr 2023 viel mehr Städte, jede Menge rote Flecke, diese Hitzeinseln und das eben die kollektive Wirkung der Hitzeinseln würde diese Wärme erzeugen und gar nicht das CO2, soweit ich ihn verstanden habe. Aber wie gesagt, ich habe nicht ganz kapiert, ist man jetzt der Meinung, dass es die Erwärmung durch das CO2 gar nicht gibt oder also dass die Ursache der Erwärmung eine andere ist, nämlich die Aktivitäten des Menschen oder ist man der Meinung, dass es eine fehlerhafte Messung ist, dass schon das CO2 den Planeten erwärmt, aber nicht so stark, weil zu viele Wetterstationen in der Nähe von solchen Städten sind. Das ist mir nicht ganz klar. Auf jeden Fall aber eine interessante, das habe ich ja gesagt, auch bei den Klimaskeptikern oder Klimaleugnern in dem Fall, würde ja fast leugnen, dass das CO2 ist, muss man sich die Argumente schon anschauen, weil die sind ja nicht dumm, das sind ja alles Professoren oder jedenfalls Wissenschaftler, das sind schon interessante Thesen und es ist gar nicht so einfach, die zu verarbeiten. Also mein Bauchgefühl, das sagt mir, das ist jetzt nicht unsere Klimaerwärmung, aber man müsste schon ein bisschen weiter ausholen, als ich es hier in dem Movie machen kann, ich habe ja nur endlich viel Zeit für die Vorbereitung, dass ich das wirklich stringent widerlegen kann. Aber ich glaube, es ist nicht die richtige, also es ist falsch. Ja, also hier mal eine Zusammenfassung. Also es wendet sich, dieser Urban Heat Island Effekt, diese Hitzeinsel der Städte, gegen diese Sache, dass das CO2 schuld ist an der Erwärmung. So habe ich es mal interpretiert. Also die Standarderwärmungskurve ist künstlich aufgeblasen, sagt Roy Spencer, inflated durch den Urban Heat Island Effekt. Der stärkste Beitrag zur Erwärmung insgesamt der globalen Kurve kommt vom Land, das stimmt wohl auch so, auf der nördlichen Hemisphäre. Das liegt aber daran, dass am meisten Land auf der nördlichen Hemisphäre ist. Und er meint aber, dass es genau da, wo der Urban Heat Island Effekt am stärksten ist, das ist also als Beleg. Tiefere Ursachen für den eigentlichen Urban Heat Island Effekt, wo kommt er denn her, ist das Bevölkerungswachstum und die Verstädterung. Es wird also wärmer wegen der vielen Menschen und der Verstädterung. Da muss man jetzt mal drüber nachdenken, ob das wirklich auch, also vielleicht trägt es ja bei oder, nee, glaube ich nicht. Also, und da habe ich eben nicht kapiert, hier habe ich es nochmal formuliert, also ist nicht das CO2 die Ursache, wendet sich das gegen die Ursache oder ist die starke Erwärmung ein Messfehler? Also zu stark, dieses Aufblasen. Wie gesagt, habe ich nicht ganz kapiert. Mein Kommentar, ich teile diese Ansicht nicht, habe ich jetzt hier mal aufgeschrieben, nicht, dass die Leute jetzt meinen, weil ich das in meinem Video bringe, bin ich ein Anhänger dieser Theorie. Ich hatte von dieser Theorie zwar schon mal gehört, aber nicht gewusst, dass sie so weit ausgefeilt wurde. Und ich habe jetzt mal ein paar Messstationen genommen und angeguckt, die jetzt nicht in der Stadt liegen, weil man kann nämlich als normaler Bürger, ich glaube es ist eine NASA-Seite, kann man die Jahresmitteltemperaturen von allen Messstationen auf der ganzen Welt abfragen. Kann man einfach anklicken und sich angucken. Und das machen wir jetzt mal. Also ist ja die Theorie, das sind die Städte, da wird es wärmer, aber da müsste es ja zum Beispiel in der Mitte der Antarktis nicht wärmer werden. Oder nur ein bisschen. Also jedenfalls nicht dieses eine Grad oder was wir da haben. Ja und das ist die Seite hier unten steht, das ist data-gis-nasa.gov. Da kann man also hier diese Erdkugel, muss man ein bisschen runterscrollen, oben steht das hier, National Aeronautics, also NASA ist das, Goddard Space Flight Center und die haben diese Seite hier. Und da gibt es eine Erdkugel und die hat lauter rote Punkte. Und man kann auf jeden roten Punkt draufklicken und sieht dann die Kurve für die jeweilige Messstation. Und das ist die Number of Stations hier in 1000. Es gibt also jetzt inzwischen knapp 14.000 Wetterstationen, die hier von der NASA Zugriff haben. Ne, andersrum, die NASA hat Zugriff drauf. Und die kann ich alle abfragen. Dann habe ich mal eine abgefragt hier. Und hier sieht man leider nicht so gut, also hier sieht man die Antarktis und ich habe hier an diesem Zipfel von der Antarktis die Station Wernatzki genommen. Man kann irgendeine nehmen, ja. Also habe ich mal eine genommen. Und hier haben wir, da gibt es Messungen seit 1940. Ich habe die deswegen genommen, weil die schon so lange existiert. Da hatten sie mal zwischendurch keine Lust hier. Da gab es keine Daten. Dann gibt es wieder Daten. Und ich würde sagen, hier kann man, es streut stark, ist eine einzelne Wetterstation. Da gibt es kalte und warme Jahre. Aber da kann man ja schon so eine Schräge durchlegen. Und wenn man die Temperaturskala anguckt, dann sind das mehr als ein Grad Erwärmung, wenn man einfach eine Gerade hier durchfittet. Also da wird es wärmer in der Antarktis. Das ist jetzt nicht der Urban Island Heat Effekt. Mangels Urban. Ja, habe ich mal eine andere Station genommen, nämlich diese hier. Das ist Novo Lazarevskaya. Scheint mir eine russische Station zu sein. Und die gibt es seit 1961. Also hier seit 1961 gibt es Daten. Und da sieht man den Anstieg in den letzten 30 Jahren nicht so stark. Da ist es vorher ein bisschen hochgegangen. Und das ist auch so ein Effekt. Wenn ich einzelne Wetterstationen nehme, dann gibt es durchaus auch einzelne, wo die Temperatur runtergelaufen ist oder wo sie konstant blieb oder furchtbar verrauscht ist. Nur durch den Mittelwert. Also sagen wir mal so, es sind nicht so viele. Also wo es abgenommen hat, da habe ich überhaupt keine gefunden oder eine oder so von 50. Und es gibt eine ganze Menge, wo die Temperatur konstant geblieben ist. Aber die meisten 90% zeigen einen Temperaturanstieg. Und hier habe ich jetzt ein Beispiel genommen. Also ich habe nur die Station hier von den roten Punkten genommen, wo es schon länger eine Wetter ist. Also wenn man nur die letzten 10 Jahre hat, dann sieht man nichts, weil es so rauscht. Also solche Sachen gibt es eben auch. Und hier haben wir jetzt eine Station am Nordpol. Genauer gesagt ist das hier. Wo ist es denn? Das ist in Barrow, das ist in Nordalaska. Das ist dieser Punkt hier. Hier ist Alaska, das ist Grönland und da heißt es Barrow. Barrow Post Rogers. Und da gibt es auch schon seit 1900, seit 1900, seit 120 Jahren, gibt es eine Messung. Und die wirklich genauen Daten, das sind die schwarzen Dicken, die gibt es erst seit 1990. Da geht es steil nach oben und vorher war es ungefähr konstant. Und das stimmt überein mit den Befindlichkeiten oder Erkenntnissen der Klimaforscher. Am stärksten erwärmt sich der Planet in den nördlichen hohen Breiten. Das hat was damit zu tun, dass der Nordpol mehr ist und kein Festland. In der Antarktis ist das Entwärmungssignal sehr viel schwächer. Hier geht es jedenfalls steil nach oben. Und es ist auch rural, also ländlich. Und dann habe ich noch eine andere Station genommen auf Alice Mare Island. Na, wo ist es denn? Eureka. Ja, das liegt hier auf, habe ich es nicht irgendwo reingeschrieben? Ne, habe ich nicht. Also das ist Alice Mare Island. Und hier sehen wir seit 1990, 1980, genau das, was die allgemeine Kurve zeigt, ein sehr starkes Erwärmungssignal. Also am Nordpol, nahe des Nordpol, das ist nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt, hier diese Station, sehen wir, also trotzdem ist ja ein sehr ländlicher Bereich ist und dann auch noch dicht am Meer. Das ist nur, das Elevation ist nur 10 Meter oberhalb des Meeresspiegels, das ist also ganz dicht am Ufer. Da sehen wir ein ganz starkes Erwärmungssignal. Also das würde ich jetzt mal, ohne dass ich mich großartig mit dem Heat Island, Urban Heat Island Effekt von Herrn Reuss-Spenzer auseinandergesetzt habe, mal als eine, ja, qualitative Widerlegung ansehen. Also es wird durchaus auch in Bereichen, die weit außerhalb der Städte liegen, Nordpol und Südpol, wird es deutlich wärmer. Ja, und die Skala hier ist 19, 18, 17, 16, 15, 14 Grad. Das heißt, dieser Abstand hier sind 2 Grad bis 3 Grad und das ist die Erwärmung am Nordpol, die ist viel stärker als im globalen Mittelwert. Sieht man hier mal an dieser einen einzigen Station. Also es wird überall wärmer, ja. Es gibt einzelne Stationen, um es nochmal zu wiederholen, da ist die Kurve flach und sogar vielleicht 1% oder so, da geht es runter, weil sich die Strömungsmuster verändern auf der Erde, ja. Aber die allermeisten zeigen ungefähr so ein Verhalten, vor allen Dingen auf der Nordhalbkugel. Ja, genau. Was ja Herr Reusch-Benzel als Kritik angenommen hat, aber ich glaube, es ist schon eine globale Erwärmung und das durch irgendwas anderes, wie etwa die Abwärme von Städten zu erklären, da muss ich sagen, das haut von der Energieerhaltung, also von den Energiemengen, überhaupt nicht hin. So, das wollte ich zum Urban Heat Island Effekt sagen. Also ich denke, da braucht man ziemlich viel Gehirn, um sich damit auseinanderzusetzen, aber wenn man da drüber ist, dann kommt man wieder zum Ergebnis, dass der Weltklimarat mit seinen Analysen wohl doch recht hat. Meine Meinung. So, dann weitere Sache, die CO2-Konzentration sei zu hoch. Das ist das, was uns die Klimaleute sagen. 420 Parts per Million, normal, vorindustriell sind es 280, wir haben viel zu viel CO2. Und in dem Film sagen sie, nö, stimmt überhaupt nicht, wir hatten ja die meiste Zeit viel mehr CO2 in der Atmosphäre und jetzt haben wir ja eigentlich Starvation ist der Name, Plant Starvation. Wir haben eine Hungersituation für die Pflanzen, weil wir so wenig CO2 da drin haben. Ja, und da kommt jetzt hier Svensmark, Björn Svensmark und, ach, da steht da Henrik, Henrik heißt er, Henrik Svensmark und Mathieu Willecky kommen hier ins Spiel. Also den Henrik Svensmark habe ich kurz was drüber gemacht, das war der mit der kosmischen Strahlung. Ich glaube, der kommt auch in dem Buch von Fritz Varnholt vor, die kalte Sonne. Da geht es eben um solche Sachen, dass die Sonne das Klima da maßgeblich beeinflusst und da hat Svensmark sich einen Namen mitgemacht. Das habe ich auch in der Vorlesung behandelt. Und hier sagt er aber, er erklärt jetzt, dass man an den kleinen Öffnungen in den Blättern vom Ginkgo-Baum, weil den gibt es schon ganz lange, den Ginkgo-Baum, einer der ältesten Bäume, also von der Art her, da kann man erkennen, wie viel CO2 in der Atmosphäre war. Wenn viel war, dann hat er weniger Öffnungen, braucht er nicht so viele Öffnungen. In den letzten 600 Millionen Jahren, das ist diese Kurve hier. Und da kann man eben, aus solchen Proxydaten nennt man das, aus solchen indirekten Daten, auf die Konzentration an CO2 in der Erdvergangenheit zurückschließen. Das Erstaunliche an dieser Kurve, die sieht man überall im Internet, ist, da sind gar keine Fehlerbalken dran. So, als könnte man die CO2-Konzentration in der Atmosphäre vor 200 Millionen Jahren oder vor 450 Millionen Jahren praktisch auf 1% genau, die Breite von dem Strich, bestimmen. Das ist überhaupt nicht so. Es sind riesige Diskrepanzen zwischen den Proxydaten und diese Kurve suggeriert eine Genauigkeit, ein Wissen, was nicht da ist. Aber diese Kurve ist überall im Netz und wenn man die überall immer wieder sieht, dann denkt man, es muss ja stimmen, da haben die sich bestimmt genau überlegt. Nein, wir wissen die CO2-Konzentration eigentlich nicht. Wir haben nur eine Idee, wie es sein könnte. Aber trotzdem, nehmen wir mal die Kurve an und Sie meinen jetzt, dass hier diese blaue Linie mit dem Pfeil hier, wie hier ist die aktuelle CO2-Konzentration, das sind eben die 450 oder vom Jahr aus auch 280, nein, es sind 450 und es war also in den letzten 250 Millionen Jahren, als es so schön warm war, da ging es hoch bis auf 2.000 und weiter hinten dann auf 5.000 oder 7.000 Parts per Million hoch. Also zunächst mal mehr als das Fünffache oder ungefähr das Fünffache und dann mehr als das Zehnfache. Ja, also es war nicht so, es ist nicht so, dass wir jetzt zu viel CO2 haben, sondern ganz im Gegenteil, angesichts der letzten 500 oder 600 Millionen Jahre haben wir ganz ungewöhnlich wenig CO2 in der Atmosphäre, selbst wenn wir den Anthropogen-Anteil, also diese 450, 420 jetzt dazu nehmen. Die Aussage ist richtig. Ja, nur eben, dadurch, dass wir das jetzt so angehoben war, wird es eben deutlich wärmer und vielleicht eben zu warm. Ja, das haben sie nicht dazu gesagt. Sie meinen nur, ja, ja. Die meiste Zeit hatten wir viel mehr CO2 und die Welt war viel grüner. Ja, das ist so. Das kann man. Bis 1.000 Parts per Million gibt es Messungen an Pflanzen und die gedeihen mit so hohem CO2-gehalten in der Atmosphäre, also mehr als das Doppelte gegenüber heute. Wunderbar. Also die sind begeistert, weil Pflanzen leben von CO2. Ja, das sagen die beiden hier. Es ist also, sagen wir mal, eine Verharmlosung, aber auch eine richtige Aussage. Es war die letzten 500 Millionen Jahre in die meiste Zeit viel mehr CO2 in der Atmosphäre als heute, also das Doppelte, das Fünffache, das Zehnfache. Und das war für das Leben eigentlich ganz gut. Nur, man muss sich eben daran gewöhnen. Es würde dann eben auch erheblich zu warm werden. Denn in dieser Zeitspanne hier, seit 250 Millionen Jahren, war die Erde akryogen. Hier war wieder eine Eiszeit und dann wieder so warm und dann ist der Meeresspiegel eben 80 Meter höher. Ja, das ist dann ein bisschen dumm. Also zu warm, nach meiner Meinung, ist nicht gut. Aber für das Leben insgesamt, also zum Beispiel für so einen Baum, ist so eine hohe CO2-Konzentration durchaus vom Vorteil. Aber nicht für die Menschen. Ja, und dann sagen Sie noch was, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, sind wir bei Will Happer hier und Tom Nelson. Sie sagen, das ist wieder so ein Ausschnitt aus dem Schwarz-Weiß-Film hier, der die letzte Eiszeit darstellen soll. Da gab es natürlich noch niemanden, der die aufgenommen hat. Vor etwa 20.000 Jahren, im Maximum der letzten Eiszeit, war also Europa vollkommen eingefroren, bis auf Südeuropa. Im Maximum der letzten Eiszeit war das CO2 so niedrig, dass es fast zum Massenaussterben kam. Und zwar ist die Argumentation, wenn es unter etwa 100 Parts per Million geht mit dem CO2-Gehalt, dann können die Pflanzen nicht mehr leben. Die sterben ab. Und wenn es keine Pflanzen mehr gibt, dann gibt es keine Pflanzenfresser mehr. Und wenn es keine Pflanzenfresser mehr gibt, gibt es auch keine Raubtiere und auch keine Menschen mehr. Weil die Pflanzen sind die Primary Producers. Und die brauchen als Input CO2. Und das ist auch tatsächlich so. Will Hepper, der betont das immer so, ohne CO2 kein Leben auf der Erde. Ja, weil CO2 ist die Kohlenstoffquelle für alles Leben auf der Erde. Und Kohlenstoff ist das Element des Lebens. Ja, und Sie sagen hier, es war so niedrig wie niemals zuvor in dieser letzten Eiszeit, 180 Parts per Million. Und wenn es nochmal 30 ppn niedriger gewesen wäre, wären wir alle tot. Ja, also ich weiß nicht, ob 150 Parts per Million ist eigentlich nicht die Grenze. Also ein bisschen tiefer, aber so ungefähr. Der Ansatz ist schon richtig. Also die Meere und auch die Pflanzen selber extrahieren die ganze Zeit CO2 aus unserer Atmosphäre. Und wenn es da kein CO2 mehr gibt, dann gibt es kein Leben mehr auf der Erde. Ja, man muss also aufpassen, dass der CO2-Level auf der Skala von Jahrmillionen, das geht ja ganz langsam, nicht zu niedrig wird. Das ist ein interessanter und durchaus richtiger Punkt. Aber 180 Parts per Million, okay, okay, ich weiß jetzt nicht, ob in der letzten Eiszeit da schon die Pflanzen dann so eine Krise hatten. Und Will Happer redet eben von Plant Starvation, also Pflanzen verhungern. Ja, das ist ein interessanter Hinweis. So, ich glaube, das ist jetzt hier fast meine letzte Folie von dieser ersten Hälfte des Movies. Wir sind bei Zeitmarke 26,52, also noch nicht mal ganz bei der Hälfte. Aber der hintere Teil, da streckt es sich dann so ein bisschen. Machen wir nächstes Mal, da wird es dann auch politischer. Aber hier jetzt zur Physik nochmal. Sie wenden sich hier nochmal mit diesem Bild von Eisbohrkernen. Da hat also jemand von Hand so einen Eisbohrkern genommen. Ja, die sind eigentlich zwei Kilometer lang, die Eisbohrkerne. Das ist jetzt ein bisschen sehr dilettantisch. Das wird sehr viel professioneller betrieben. Diese Bohrung in Grönland und in der Antarktis, die Aufschluss über die letzten bis 600, 700, 800.000 Jahre der Klimavergangenheit geben. Aber das kommt eben tatsächlich aus Eisbohrkernen hier. Und Sie wenden sich gegen die These, dass das CO2 die Erwärmung bewirkt. Über die letzten Eiszeitzyklen kam erst die Erwärmung und dann die CO2-Konzentrationserhöhung. Da war also das CO2 nicht die Ursache, sondern die Wirkung. Es wurde wärmer, dann erwärmten sich die Meere. In den Meeren ist ganz viel CO2 gelöst. Ja, Spurwasser. Und dann kommt es raus und dann erhöht sich die CO2-Konzentration und nimmt ein neues Gleichgewicht an, abhängig von der Temperatur. Und die Daten aus den Eisbohrkernen zeigen, also tatsächlich, das kann man messen, das ist ein leichter zeitlicher Versatz, dass erst die Erwärmung kommt, das hat was mit Erdbahnänderungen zu tun, und dann die Erhöhung des CO2. Und sie schlussfolgern daraus, dass das CO2 nicht das Klima und die Temperatur kontrolliert. Schlussfolgerung, CO2 hat nie die Temperaturänderungen in der Vergangenheit verursacht. Ich glaube, das ist nicht richtig. Das kann man natürlich immer sagen, weil da war ja keiner dabei vor 100 Millionen Jahren oder so. Es ist richtig für die letzten Eisside-Zyklen, also Eisside zwischen Eisside, Eisside zwischen Eisside. Da war die Erwärmung durch was anderes, durch einen externen Grund, die Sonneneinstrahlung auf der Nordhalbkugel variierte, dadurch bewirkt. Und das CO2 diente als Verstärkung, als Feedback. Es war also ein Rückkopplungseffekt, der mit einer gewissen Verzögerung eingetreten ist. Daraus kann man aber nicht schließen, dass heute nicht doch das CO2 das Klima kontrolliert. Es gibt eben diese enge Korrelation zwischen Temperatur und CO2. Und damals, die letzten 1 Million Jahre, war es in der Tat die Temperatur und dann folgte das CO2. Heute startet das CO2 und die Temperatur wird folgen. Wegen dieser engen Verbindung der beiden. Ja, also Sie behaupten hier, dass das CO2 nicht die Ursache der Erwärmung ist. Das ist dann wirklich Klimaleugnung. Das ist abseits der normalen Wissenschaft, auch weit abseits von dem, was ich sage. Also meilenweit, das war schon ein paar Mal. Also Ursache-Wirkungs-Durcheinander bringen. Aber die Aussage, dass es in der letzten 1.800.000 Jahre andersrum war, die ist durchaus richtig. So, mein Fazit. Erster Teil, Climate the Movie. Rot bedeutet, dass ich nicht übereinstimme mit den Aussagen und schon gar nicht mit den politischen Schlussfolgerungen. Es war noch nie so warm wie jetzt, Angstgefahr für das Leben. Und da sagen Sie, die meiste Zeit in der Vergangenheit war es viel wärmer und das war sehr gut für das Leben. Ja, würde ich sagen, ist richtig. Also die Dinosaurier, wenn das Kaltblüter waren, weiß ich nicht so genau, die mögen es ja dann gerne warm. Für die ist jetzt so eine Eiszeit nicht so gut. Also ist schon richtig. Das Leben ist da sehr aufgeblüht. Menschen sind eine tropische Spezies. Wir sterben im Winter, wenn wir nichts zum Anziehen haben und keine Heizung und kein Shelter, keine Behausung. Ist auch richtig. Das mit den Heizetoten, weiß ich nicht, ist wieder so ein Narrativ. Hochkulturen hatten wir im Optimum des Holozehens. Also wenn es klimamäßig wärmer war, das war meistens gut für die Pflanzen, dann gab es mehr Ernten. Die Bauern hatten Überschüsse, es konnten sich Dörfer und Städte entwickeln und wir hatten eine Hochkultur. in wärmeren Phasen des Klimas der letzten 10.000 Jahre. Würde ich auch sagen, ja, leuchtet mir ein. Dann gibt es diese merkwürdig flache Kurve vom Central England Temperature Record. Also Aufzeichnung, wo jetzt dieses Jahr 1815 oder 16 ohne Sommer kommt, irgendwie nicht vor. Da habe ich mal drei rote Fragezeichen dran gemalt. Ich kann mit der Kurve nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob die stimmen. Dann gibt es diese Kurve vom New York Central Park. Also sie haben wirklich zwei Temperaturkurven gefunden, wo es diese Erwärmung nicht gibt. Noch muss man eine Weile suchen. Und der ist eben flach. Es gibt aber große Schwankungen von Jahr zu Jahr. Und daraus deduzieren oder leiten sie die Frage ab, sind denn 1,5 oder 2 Grad globale mittlere Temperaturschwankungen wirklich so schlimm, dass wir dann aussterben. Ich würde sagen, das Aussterben ist eine Übertreibung. Aber wenn die globale mittlere Temperatur über 2 Grad, jetzt bleiben wir ein bisschen mehr auf dem Teppich, 1,5 Grad ist mehr was für die Aktivisten. Bleiben wir in der Realität. Über 2 Grad, über 2,2 Grad ansteigt, dann wird das schon unangenehm werden. Wir sollten tatsächlich was dagegen machen. Und das heißt, wir machen Mitigation, Reduktion der CO2-Emissionen und sowas alles. Aber nicht so verrückt. Also wir bleiben auf dem Teppich. Da würde ich mich also anschließen an diese Frage. Ist es wirklich so schlimm mit den 2 Grad? Obwohl ich mich damit jetzt sehr unbeliebt mache. Aber dieses Rebellion, Extinction und Last Generation, das ist Angstmache. Da bin ich vollkommen dagegen. Und die Wissenschaft hat in der Vergangenheit immer gegen Panik und Angst gekämpft. Die Wissenschaft. Das andere, was mit Angst arbeitet, ist Politik und Ideologie. Meine persönliche Meinung. Ja, von dem Urban Heat Island Effekt kann ich, also es gibt es natürlich, in der Innenstadt ist es wärmer, kann man ja messen, aber das hat nichts mit unserer globalen Erwärmung zu tun, denn wir sehen ja auch am Nordpol und am Südpol ein starkes Erwärmungssignal, vor allen Dingen am Nordpol, aber sogar am Südpol. Die CO2-Konzentration ist zu hoch und Sie sagen, in der Vergangenheit der Erde war sie viel höher und in der letzten Eiszeit war sie sogar gefährlich niedrig. Ja, das kann man so sehen, aber wir haben jetzt, also ich habe da Fragezeichen dran gemacht, das ist zwar sachlich richtig, was vielleicht nicht richtig ist, ist, dass sie gefährlich niedrig war in der letzten Eiszeit, aber wenn sie unter 100 Parts per Million absackt, sie war 180, dann wird es ein bisschen kritisch für die Pflanzen und das sind die Primary Producers. Wir hängen, auch wir hängen von den Pflanzen ab, also unter 100 sollte es nicht gehen, da haben Sie schon recht, aber 150 ist eine zu hohe Grenze meines Erachtens. Naja, aber jedenfalls war es die meiste Zeit höher, aber das ist keine Situation, dieses hohe CO2, die wir heute haben wollen mit den 8 Milliarden Menschen auf der Erde, weil das hätte so viele negative Folgen, also viel zu hohe CO2-Konzentrationen und dieser Vergleich mit der Erdvergangenheit vor mehr als 2 Millionen, 3 Millionen Jahren, der ist eine Verharmlosung, der meines Erachtens nicht zulässig ist. So, und dann das CO2 ist die Ursache der Erwärmung, doch, doch, das CO2 ist die Ursache der Erwärmung, ja, aber es war in der Vergangenheit, hat es gefolgt, also es war die Folge einer anderen Ursache einer Erwärmung, weil die Ozeane, wenn man sie wärmer macht, gasen CO2 aus, bis sich wieder ein neues Gleichgewicht einstellt. Das war in der Tat in den letzten, seitdem wir da Aufzeichnungen aus den Eisbohrkernen haben, war Ursache und Wirkung andersrum, aber jetzt ist es nun mal dummerweise so, dass wir also CO2 erhöhen durch einen externen Grund, nämlich uns, wir sind der externe Grund und das Klimasystem wird sich auf die erhöhte CO2-Konzentration einstellen, indem es wärmer wird. Die Ozeane suchen, dann ein neues Gleichgewicht, ja, und das bedeutet, ja, je nach CO2-Konzentration, relativ heftige Erwärmung. Ja, liebe Leute, das Ganze ist ein Movie der Klimaverharmloser und zum Teil auch der krassen Klimaleugner, die auch sagen, das CO2 ist gar nicht die Ursache der Erwärmung. Ja, ich finde es immer sehr nervig, solche Videos anzuschauen, auch von der Gegenseite, die sagen, wir sterben alle demnächst aus. Es ist immer einseitig, es werden einseitige Informationspuzzlesteine genommen, die eine übergeordnete These, es gibt gar keine menschliche Erwärmung oder wir sind nicht schuld oder es ist ganz schlimm und wir werden bald aussterben und wir müssen jetzt mit allen möglichen Sachen aufhören und am besten noch in irgendeine sozialistische Planwirtschaft übergehen. Wie die Frau Herrmann, ja, die will ja eigentlich eine neue Gesellschaftsform einführen, dann nutze das Klima als Argumentation und es erinnert mich sehr schon, es ist schon sehr stark an Maus Kulturrevolution, da sollen alle wieder auf dem Feld arbeiten und wir müssen dann hungern, es wird alles rationiert, ja, also das ist die andere Seite, die die Klimapanik brauchen, um politische Ziele durchzusetzen oder auch einfach ökonomische Ziele. Es wird ja auch sehr viel Geld verdient damit. Ja, alles beides mit mir persönlich sehr unsympathisch. Ich versuche die Physik zu verstehen und bin die Leute, die jetzt einzelne Segmente der Physik nehmen und dann also diese Freiheitsstatue und wo nur noch der Kopf aus dem angestiegenen Meeresspiegel rausguckt, nehmen oder auf der anderen Seite sagen, es war gar nicht das CO2, also ich kann mit beiden Seiten nichts anfangen und ich kann nur hoffen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung im deutschsprachigen Raum, ich rede ja deutsch hier, dass sie vielleicht ein bisschen zur Besinnung kommen und sich nicht mehr von der einen oder der anderen Seite so hin und her treiben lassen, sondern ein bisschen nach pragmatischen Lösungen suchen, die zwar das Klimaproblem eindämmen, aber uns nicht alle in die Verarmung oder gar in eine Diktatur treiben. Ja, das war der erste Teil. Der zweite Teil folgt dann nächste Woche. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal. Achso, Moment, halt, halt. Ich muss auch meine Homepage verweisen. Ja, also wenn, ja, falls mich jemand zum Vortrag anheulen will oder sowas. Ja, ich versuche also, um es nochmal zu sagen, es steht auf meinem Wiki, das deutsche Wikipedia ist ja einfach nur das Sprachrohr einer Ideologie geworden für lebende Personen. Ja, aber ich versuche wirklich in der Mitte zu bleiben, zwischen diesen beiden Lagern in der Physik. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.